Willkommen zum Update, was gibt es Neues im Bereich generativer KI. Das ist ein Update zu unserem Online-Kurs aus dem Jahr 2023 mit dem Titel ChatGPT, was bedeutet generative KI für unsere Gesellschaft. Im Jahr 2023 habe ich zusammen mit Johannes Hötter einen Online-Kurs zum Thema ChatGPT, was bedeutet generative KI für unsere Gesellschaft gemacht. Und seitdem ist einiges passiert. Hier noch einmal ein paar Impressionen aus dem Online-Kurs. Wir haben einige Expertinnen und Experten interviewt und einen breiten Blick auf das Thema generative KI geworfen. Seitdem ist allerdings einiges passiert und dafür haben wir diese Einheit noch einmal oder wollen diese Einheit noch einmal nutzen, um auf Neuigkeiten einzugehen, aber auch zu betrachten, was sich vielleicht bestätigt hat oder was sich vielleicht nicht geändert hat. Hier noch einmal ein paar Fakten über den Online-Kurs, die aktuellen Zahlen. Ein super Erfolg. Johannes und ich haben über 20.000 Teilnehmende erreicht mit diesem Online-Kurs. Und auch die Altersspanne ist besonders spannend. Ich glaube, eine Person mit neun Jahren und mit 86 Jahren hat sich im Kurs vorgestellt. Da sind wir auf jeden Fall super stolz drauf, so ein breites Publikum erreicht zu haben. Da das ja nicht der einzige Kurs ist, den wir beide angeboten haben, hier ein paar Fakten über alle drei unserer Online-Kurse. Insgesamt haben wir über 50.000 Teilnehmende erreicht. Das ist wirklich ein super toller Erfolg, auf den wir auch wirklich sehr stolz sind. Hier auch noch einmal ein Hinweis. Aktuell im Rahmen der OpenHP Winter School werden alle unsere Kurse und auch noch weitere Kurse erneut angeboten bis Ende März. Das heißt, Leistungsnachweise und Hausaufgaben können erneut gemacht werden. Falls Sie also hier Interesse haben, gerne nochmal auf OpenHP vorbeischauen. Nun zum Thema, was gibt es Neues? Auf jeden Fall zu betonen sind die starken Fortschritte in der Qualität der Ergebnisse von jedweden generativen KI-Modellen. Seit 2023 hat sich da einiges getan. Auch gibt es viele neue Anbieter und Modelle auf dem Markt. Hier zentrale Namen sind beispielsweise Gemini bzw. Bart von Google, Lama, Falcon. Ich könnte noch deutlich länger jetzt Modelle aufzählen, aber das ist ja hier nicht Sinn und Zweck. Auch gibt es vielversprechende neue Anbieter aus Europa. Zum Beispiel Mistral als sogenanntes OpenWeights-Anbieter aus Paris. Mit sehr vielversprechenden Ergebnissen. Auch etwas, was zu betonen ist im Vergleich zu 2023, ist, dass sich sehr, sehr viele der Technologiekomponenten oder auch Modelle mittlerweile sogenannt komodisiert haben. Das heißt, etwas ist deutlich einfacher und deutlich in größerer Masse verfügbar und es wird nicht mehr wirklich ein, in Anführungszeichen, Alleinstellungsmerkmal. Es gibt sehr, sehr viele LLMs, die ich verwenden kann, mittlerweile auch sehr, sehr viele Vektordatenbanken und auch ganz viele andere Technologiekomponenten, die für Generative AI-Use Cases notwendig sind. Das Ganze ist vergleichbar auch zum Beispiel mit dem Speicherplatz in der Cloud. War es vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten noch sehr, sehr wichtig, selbst kleine Datenmengen abspeichern zu können und zwar super teuer, ist es heute mittlerweile sehr, sehr billig in der Cloud Speicherplatz zu erhalten und es ist nicht mal mehr oder es nicht wirklich mehr ein Alleinstellungsmerkmal. Auch ein Trend, der zu sehen ist, ist, dass viele Unternehmen und Institutionen eigene KI-Modelle oder Ableger bekannter Modelle zur Verfügung stellen für die eigenen Mitarbeitenden, beispielsweise um Sicherheit, Geheimhaltung, aber auch Datenschutz gewährleisten zu können, dass beispielsweise Unternehmensinformationen oder persönliche Informationen nicht nach außen gelangen. Auch sind weitere Fortschritte zum Thema beispielsweise EU-AI-Act zu verzeichnen und auch weitere Gesetzgebungen sind auf dem Weg. Auch ein weiteres Beispiel und spannendes Beispiel sind die Fortschritte im Bereich Multimodalität, auf die ich jetzt auch gleich nochmal eingehen werde, mit dem Beispiel JetGPT Vision. Hier ist es aktuell möglich, ein Bild beispielsweise, hier das Bild einer Zelle und der Zellelemente, direkt in ein Chatbot mit einzugeben und dann auch weitere Fragen direkt dazu zu stellen. Das heißt, das war auch schon vorher hier und da mit einigen Modellen möglich, aber mittlerweile gibt es viel mehr Anbieter und auch eine breitere Masse an Anbietern, auch in höherer Qualität, die die Interaktion verschiedener Modellitäten, sprich Text und Bild gleichzeitig ermöglicht. Das heißt, ich kann hier ein Bild in eine Applikation geben und einfach nur fragen, erkläre mir das in sehr einfachen Worten oder stelle mir Aufgaben zu genau diesem Bild und möglichen beispielsweise Klausuraufgaben zu diesem Teil der Biologie. All das ist mittlerweile möglich. Was hat sich bestätigt? Johannes und ich haben betont, dass es sehr, sehr viele mehr Modellanbieter geben wird und auch Modelle, gerade aber auch im Open-Source-Bereich ist da ein großer Zuwachs zu sehen. Natürlich verwendet man aktuell JetGPT quasi als Synonym für den gesamten Bereich, allerdings gibt es mittlerweile hundert bis tausende Modelle, die ähnliche Qualität auch erreichen. Auch gibt es viele kleinere Modelle und auch speziellere Modelle für gewisse Anwendungen. Auch haben wir besprochen, starke Produktivitätssteigerung durch clevere Nutzung von generativen KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen unseres täglichen Lebens. Auch nach wie vor ungelöst sind Jailbreaks und weiteres unerwartetes Verhalten. Das wird, glaube ich, auch noch eine gewisse Zeit so bleiben. Auch Ethik und die sozialen Implikationen sind nach wie vor wichtig und stark diskutiert in unserer Gesellschaft und auch das wird sicherlich noch sehr stark anhalten. Nun, einige Gedankengänge, die wir in Gendom mitteilen würden, die uns in letzter Zeit umgetrieben haben, gerade auch durch generative KI. Ich werde das gleich an einem Beispiel festmachen. Die Frage, inwieweit sich beispielsweise auch unsere Kommunikation ändert durch die Nutzung von generativer KI oder auch anderen KI-Formen. Hier nochmal als Beispiel. Fiktive Situation, ich habe gerade einen neuen Job und ich will diesen Job bestätigen, dass ich eben diesen Job annehme und das eben als formale E-Mail. Das heißt, ich frage ein Tool, bitte schreibe mir das als formale E-Mail. Und auf der anderen Seite steht auch eine Person, die dann ganz viele E-Mails bekommt und dann wiederum damit arbeitet, mit einem auch wieder beispielsweise LLM-Tool mit der Aufgabe, bitte fassen wir diese E-Mail doch kurz zusammen. Dann ist die Frage oder eine sehr offene Frage, inwieweit dieses textuelle Medium oder dieser formale Brief dann überhaupt noch gelesen wird oder auch nur als Vehikel genutzt wird, um in Anführungszeichen zwischen zwei KIs oder zwischen zwei Menschen sozusagen kommunizieren zu können. Auch ist die Frage, ob Sprache wirklich alles ist in generativen KI-Anwendungen. Brauchen wir mehr oder reicht das auch wirklich aus, nur in Text oder nur in beispielsweise ChatGPT zu arbeiten oder in anderen Tools auch? Hier auch ein Beispiel, auch ähnlich mit der Jobsuche bzw. vielleicht auch mit der Bewerbung an einer Universität. Nicht alle Anwendungen von generativer KI werden auf die Nutzung von Text beschränkt sein. Das heißt, Systeme wie Datenbanken oder traditionelle IT-Systeme sind nach wie vor wichtig. Es muss aber eher einen Übergang zwischen den verschiedenen Systemen und den Systemen Grenzen geben. Das heißt zum Beispiel, es ist natürlich wichtig, gewisse Fragen oder vielleicht auch Teile des Bewerbungsprozesses zu automatisieren oder auch zu vereinfachen. Allerdings ab einem gewissen Punkt muss auch ein traditionelles IT-System, traditionell in Anführungszeichen, da sein, um zum Beispiel Berichtspflichten nachzukommen, um Sachen zu persistieren und zuverlässig abzuspeichern. Weil dafür sind LLMs ja nicht gemacht. Das heißt, das Zwischenspiel zwischen traditionellen IT-Systemen wie beispielsweise ein Uni-Verwaltungssystem, aber auch Systemen, die beispielsweise den Bewerbungsprozess vereinfachen, das wird in Zukunft auch noch sehr wichtig sein und ist noch nicht überall der Fall bzw. bleibt spannend. Auch ein Thema, was mich persönlich super umtreibt, ist, wie wir von generischen Ergebnissen zu wirklich wertvollen Ergebnissen kommen. Lassen Sie mich ein kurzes Beispiel geben. Wenn Freunde mich oft über generative KI befragen, dann kommen meistens solche Beispiele und wie toll das doch sei. Wen trifft Harry Potter im Verbotenen Wald und darüber ein Gedicht zu schreiben in einer gewissen Versform oder in einer gewissen Verslänge? Gar kein Problem. Könnte ich wahrscheinlich nicht so gut. Auf der anderen Seite ist da eben die Frage, was passiert, wenn ich mehr als sogenanntes Weltwissen nutzen will? Was meine ich mit Weltwissen wird vielleicht später etwas einfacher und sichtlicher? Von generischen zu wertvollen Ergebnissen. Wenn ich zum Beispiel ganz persönlich für mich frage, ich will mir den perfekten Sommerurlaub oder hilf mir, den perfekten Sommerurlaub zu planen. Das habe ich gestern Abend mal erfragt und was kam als Ergebnis? Mein perfekter Sommerurlaub ist in Santorini, Griechenland für zehn Tage. Natürlich etwas plakativ, aber das war mein Sommerurlaub und er war nicht gerade Santorini am Strand, sondern etwas aktiver. Warum ist diese Antwort also nicht so einfach? Diese Antwort ist nicht so einfach, weil es eine Vielzahl von Quellen, Informationsquellen, Wissen, aber auch Daten mit einbezieht, wie ich als Mensch meine Entscheidung treffe. Das mag am Budget hängen. Wie viel Budget habe ich gerade in meiner Bank? Wie viel will ich für meinen Urlaub ausgeben? Was habe ich bisher gesehen an bisherigen Urlaubszielen? Will ich mich diesen Urlaub eher sportlich oder eher ruhig betätigen? Was ist mein zeitlicher Rahmen? Will ich alleine oder gemeinsam mit Freunden in Urlaub gehen? Will ich etwas Bekanntes oder etwas Neues ausprobieren? Wie ist das Wetter zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Teil der Erde? All das sind Faktoren, die zusammenspielen, um eine Entscheidung zu treffen und wirklich personalisierte Entscheidungen und Unterstützung zu bieten. Weil ansonsten gibt es immer nur die generischen Informationen. Vieles, und das werde ich gleich auch nochmal elaborieren, von diesen Informationen sind natürlich gar nicht von mir niedergeschrieben worden. Das heißt, die KI kann ja das gar nicht mit einbeziehen in der Antwort und kann mir gar keine persönliche Empfehlung geben. Und hier sind wir sehr nah bei dem Thema Agenten und sehr komplexen Kontextsystemen. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Tools, beispielsweise ein Tool, was mir meinen Bankkontostand angibt, aber auch ein Tool, was ich nutzen kann, um Wettervorhersagen abzufragen zu einem gewissen Zeitpunkt in einem gewissen Teil der Erde, aber auch Quellen wie beispielsweise eine Liste meiner bisherigen Urlaubsziele. All das muss clever zusammenspielen, um für mich das perfekte Ergebnis zu erzeugen. Und hier eben nochmal etwas detaillierter aufgeführt. Warum scheitert das in Anführungszeichen? Zugänglichkeit von Informationen, sehr, sehr viel Toolzugriff, beispielsweise hat JGPD jetzt keinen Zugriff auf meine Bankdaten oder weiß auch nicht, wie mein Kontostand aktuell ist. Auch sehr, sehr viel dieses Wissens ist einfach nur in meinem Kopf, ist nirgendwo niedergeschrieben oder dokumentiert, wo ich beispielsweise in den letzten Jahren im Urlaub war. Auch müssen Informationen eingeordnet werden. Das ist bei diesem Beispiel nicht ganz so schwierig, aber manche Sachen sind Fakten und manche sind beispielsweise Meinungen oder Tendenzen, die gegeneinander gewichtet, aber auch eingeordnet werden müssen. Man kann diese nicht alle in einen Topf werfen. Aber, und das ist auch etwas Wichtiges, sehr, sehr viele der Informationen sind auch homogen. Das heißt, wir haben verschiedene Qualitäten, verschiedene Mengen, aber auch verschiedene Modalitäten. Nicht nur Textinformationen, sondern auch andere Eindrücke, beispielsweise Bilder aus vorherigen Urlauben. Sachen, die mir gefallen haben, vielleicht auch nicht. Das heißt, Johannes und ich witzeln öfter darüber, man ist nicht nur daran, einen Haufen von Daten zu sammeln und einfach zu hoffen, dass alles daraus intelligent wird, sondern man muss clever damit umgehen. Weil die Realität ist doch eben komplexer. Eine Vielzahl von komplexen Kontexten, Tools und vielleicht Informationen und Daten, die alle zusammenspielen, um für mich das beste Ergebnis zu erhalten. Das heißt, zukünftig spannende Themen sind auf jeden Fall die Erschließung von Daten und auch, würde ich sagen, Vorsortierung. Denn nicht alles sollte, in Anführungszeichen, ja, wild herumliegen und in großer Masse, sondern vielleicht muss man auch Daten vorsortieren und einordnen. Cleveres Kontextmanagement, gerade von heterogenen Datenquellen. Beispielsweise ist ein Unterschied, meine Liste an bisherigen Urlaubszielen versus eine Internetbewertung verschiedener Urlaubsziele einer Webseite. Das sind andere Quellen und müssen anders gemanagt werden oder anders gewichtet werden. Aber auch Systeme, die sich mit solch komplexen Aufgaben, ja, oder die mit solch komplexen Aufgaben arbeiten können, die Kontext und Toolzugriff managen können. Aber auch, gerade wenn es jetzt so komplexer Kontext ist, dann auch die Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Was wurde mit einbezogen? Was wurde wie gewichtet? All das ist super spannend. Und hier auch nochmal etwas, was diese ganze Thematik etwas weiter bestätigt. Denn Use Cases oder Anwendungsfälle, in denen ich sehr generische Antworten brauche, die sind mittlerweile super einfach zu machen. Das heißt, ein Public Chat-GPT-Zugang löst mir sehr, sehr viele generische Sachen. Das heißt, eine generische Urlaubsempfehlung, klar, das kann ich super einfach erstellen. So schnell kann ich gar nicht tippen. Allerdings, ja, und auch eben, was ich vorhin mit Harry Potter meinte, das Chatten mit sehr homogenen Dokumenten, beispielsweise ein Buch von Harry Potter und daraus komplexe Fragen zu stellen, auch hierzu gibt es mittlerweile etliche Lösungen. Was allerdings noch nicht gelöst ist oder auch immer noch ein schwieriges Thema ist, ist verschiedene oder komplexere Probleme mit verschiedenen Tools und verschiedenen heterogenen Wissens- und Datenquellen umzusetzen. Das ist nach wie vor sehr spannend. Und natürlich ein Bonus-Hinweis, wer noch tiefer da mitgestalten will bei Techniken und Tools. Das bedarf natürlich allerdings etwas tieferes technisches und mathematisches Verständnis hierunter. Bevor ich diese Einheit abschließe, noch ein paar Hinweise oder, ja, zusammenfassende Elemente. LLMs und generative KI sind weit mehr als ein Chatbot in der rechten unteren Ecke einer Webseite und haben auch viel mehr Funktionalität. Auf der anderen Seite ist eben nicht alles, was generative KI ausmacht, als solche sichtbar. Beispielsweise finde mir die ähnlichsten Akten oder sortiere mir beispielsweise Kandidatinnen oder Kandidaten bereits vor. Das kann auch bereits im Hintergrund passieren und ich werde vielleicht gar nicht mit einem Chatinterface in Berührung kommen. Und gerade aus diesem Grund oder was wir auch mit diesem Online-Kurs natürlich versuchen, Weiterbildung ist enorm wichtig, um bei diesem schnell wachsenden Thema am Ball zu bleiben. Und ein etwas philosophisches Statement am Ende. Wir haben es aktuell sicherlich mit der dümmsten KI zu tun, die wir in unserer Lebzeit erleben werden. Das heißt, es bleibt spannend, auf jeden Fall zu beobachten, was noch alles möglich sein wird. Und hier auch nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben nach unserem Online-Kurs in 2023 ein Blog bzw. ein Newsletter gestartet. Und wenn Sie gemeinsam mit uns auf dem Laufenden bleiben wollen, was neue Entwicklungen angeht, aber auch die Grundlagen zum Thema KI und generative KI, dann schauen Sie gern einmal auf unhyped.io vorbei. Somit abschließend etwas motivierend. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie auf dem Laufenden und gestalten Sie mit. Denn nur so kann man bei diesem in Anführungszeichen sehr schnell sich schnell entwickelnden Thema auch dabei bleiben. Und das war es auch schon zu unserem kurzen Update. Was gibt es Neues im Bereich generative KI? Als kleiner Nachtrag zu unserem Online-Kurs ChatGPT, was bedeutet generative KI für unsere Gesellschaft?